Die Arbeit als LKW-Fahrer ist anstrengend und nervenaufreibend, denn fast jeden Tag geht es auch um die ewige Suche nach einem freien Parkplatz für die Nachtstunden. Überall an Autobahnen fehlen Stellplätze, auf denen die Fahrer ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten einlegen können. Seit Jahren ist das Problem bekannt. Und die Zahlen sind anscheinend schlimmer als lange angenommen. Sehen wir mal genauer hin. Ob sich die Situation verschärft hat, wird sich demnächst zeigen, denn turnusgemäß wird derzeit die LKW-Parkplatz-Situation an Autobahnen durch den Bund erfasst. Noch bis Ende April laufen auch in Bayern die Zählungen. Nach der letzten Erfassung kam der Bund zum Schluss, 23.300 LKW-Parkplätze fehlen. Der Bundesverband Güterverkehr Logistik und Entsorgung, BGL, geht aber von weit höheren Zahlen aus. In der Studie aus 2018 fällt auf, dass zum Beispiel nicht genutzte Parkplätze in Mecklenburg-Vorpommern mit den überbelegten Parkplätzen in zum Beispiel Nordrhein-Westfalen verrechnet werden. So, dass bereits im Jahr 2018 über 35.000 Stellplätze fehlten. Mittlerweile gehe der BGL von weit mehr als 40.000 fehlenden Parkplätzen aus. Es gibt tatsächlich den Willen zur Verbesserung und auch einige geplante Projekte. Allerdings auch viele, die immer was dagegen haben. Beispiel 1. Um die Parkanlage Regnitztal zwischen Forchheim und Eggolsheim gibt es seit Jahren Diskussionen. 118 LKW-Stellplätze sollen geschaffen werden, inklusive Ladesäulen. Der Großteil davon soll auf dem Parkplatz Regnitztal-West entstehen. Er soll mit dem Parkplatz auf der Ostseite durch eine Überführung an die neue Tank- und Raststätte angeschlossen werden. Doch die Gemeinden lehnen das Projekt ab. Seit 2009 wird eine Grundsatzdebatte ausgefochten. Eispiel 2 ist noch besser. Seit 20 Jahren wird über eine Anlage auf der A73 bei Meder diskutiert. Und obwohl das Land für 64 LKW-Stellplätze bereits der Autobahn GmbH gehört, hat das Bündnis, pro Natur lange Berge, etwas dagegen und eine Klagewelle angedroht. Wenn es denn so weiter geht, werden sich die Probleme wohl nicht so schnell lösen lassen, und dadurch auch viele dem Beruf des Kraftfahrers den Rücken kehren oder erst gar nicht anfangen, wo wir dann wieder beim Problem, Fahrermangel, sind. Werden wohl interessant die nächsten Jahre in der Logistik. Wir bleiben dran! Zum Abschluss empfehlen wir dir noch, uns auf unseren unterschiedlichen Social Media Kanälen zu folgen. Es kostet nichts und du verpasst keines unserer Videos für die Logistik- und Transportbranche. Alle entsprechenden Links findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank für den Daumen hoch, sowie fürs Teilen, und Servus bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017